Das sind die Totenkopfäffchen auf Deutsch. Also es ist echt wie so ein kleiner japanischer Amazonas sozusagen. Hier ist es einfach so schön. Da gibt es diese Wasserbüffelgefährte, so gern ich auch tauchen gehe. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen heftigen Tag wie gestern. Und ich glaube, keiner von uns will der blöde Turi sein, der so eine Katze mitgenommen hat, dass die Sonnenstrahlen hier unten etwa siebenmal stärker sind. Yo Leute, was geht's? Senpai am Strand und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So Leute, ich bin hier für circa eine Woche unterwegs am südlichsten Zipfel Japans und nehme euch einfach mal mit auf die Reise. Ich stelle euch in diesem Video mal eine Handvoll Aktivitäten vor und Spots, was man so machen kann, wo man so hin kann. Hier am südlichsten Zipfel Japans. Viel Spaß! Falls das Video zu lang wird oder ihr keine Zeit habt oder beides, dann springt einfach durch das Video. Ich habe euch die Kapitelmarken unten reingepackt, die Timestamps. Da könnt ihr zu den Stellen springen, die euch interessieren. Viel Spaß! So, was ist überhaupt der südlichste Zipfel Japans? Das ist im Prinzip die Insel Ishigaki, beziehungsweise Ishigaki und die kleineren Inseln drumherum. Ishigaki selbst hat den südlichsten Flughafen, den ihr erreichen könnt, von Tokio aus mit einem Direktflug. Also wenn ihr von Haneda oder Narita losfliegt, könnt ihr direkt nach Ishigaki runterfliegen. Und deswegen ist Ishigaki so hier ganz unten quasi die Hauptinsel. Die technisch südlichste Insel ist Haterumajima, die Insel Hateruma. Die liegt nochmal ein Stückchen unter Ishigaki. Und es gibt hier auch nebendran die westlichste Insel Japans. Das ist Yonagunijima, also die Insel Yonaguni. Und wenn man auf Yonaguni ist, dann kann man quasi wirklich so gefühlt nach Taiwan rüberspucken. Da ist man schon fast in Taiwan. Also es ist echt krass, wie weit südlich Japan runterreicht. So, los geht's. Fangen wir an mit dem ersten Spot, mit der ersten Aktivität sozusagen. Ich bin hier nämlich eigentlich gar nicht auf Ishigaki, sondern ich bin hier auf der Insel Taketomi. Taketomi-Jima. Das ist eine klitzekleine Insel, die südwestlich von Ishigaki liegt. Und da kann man easy rüberfahren mit der Fähre von Ishigaki. Das dauert nur 15 Minuten, dann ist man hier direkt da. Und Taketomi-Jima hat glaube ich nur so 2-3 Kilometer Durchmesser. Also die Insel ist echt nicht groß. Das heißt, das Erste, was ihr macht, wenn ihr hier mit der Fähre ankommt, ihr mietet euch am besten erstmal ein Fahrrad. Dann könnt ihr easy um die Insel radeln. Das ist alles sehr easy zu erreichen. Und die Insel ist relativ flach und wie gesagt echt nicht groß. So, was gibt es jetzt auf Taketomi-Jima? Eigentlich nicht so viel. Also die Insel besteht im Wesentlichen aus dem Dorf in der Mitte. Und es gibt hier auf der Westseite so die zwei Hauptstrände. Das ist einmal der Kondoi Beach und einmal der Kaiji Beach. Und ich bin hier gerade irgendwo so dazwischen. Also da ist der Kaiji Beach. Und da ist der Kondoi Beach. Der Kondoi Beach ist ganz gechillt, so zum Baden und Planschen ist ganz nice. Und der Kaiji Beach ist bekannt für den Hoshizuna, also den Sternensand quasi. Da gibt es echt so Sandkörner, die so eine Sternform haben. Ist glaube ich ursprünglich Plankton, aber es sieht auf jeden Fall ultra cool aus. Man kann es auch in so kleinen Fläschchen kaufen. Allerdings darf man das nicht einfach hier aufsammeln und mitnehmen, dass ist verboten. Zum Dorf selbst ist noch zu sagen, dass die hier sehr darauf achten, dass das Dorf traditionell erhalten wird. Also die ganzen Häuser und Gebäude, die sind im traditionellen Ryukyu-Stil ist das glaube ich wahrscheinlich erhalten und bleiben auch so. Also das heißt, dass das Dorf hat eine schöne quasi historische Landschaft zu bieten. Und ansonsten, was auch noch ganz interessant ist, man kann hier eine 30-minütige Wasserbüffeltour machen durch die Stadt. Na, da gibt es diese Wasserbüffel, die dieses riesen Gerät ziehen. Kostet glaube ich 1500 Yen oder so, dann kann man da drauf und dann wird man mit dem Wasserbüffel durch die Stadt gezogen. Und ich glaube, viel mehr gibt es auf Takedomijima einfach nicht. Dafür ist die Insel viel zu klein. Deswegen hier ist einfach super, um Tag am Strand zu chillen, abzuhängen, sich einen lauen Lenz zu machen und zu entspannen. Als nächstes hätten wir dann auf der Liste tauchen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Das Meer ist hier einfach so schön, dass sich hier definitiv ein Tauchgang lohnt. Man hat häufig klare Sicht, es gibt unglaublich viel zu sehen hier im Meer. Es gibt wunderschöne Fische, deren Namen ich mir alle nicht merken kann. Und ich habe sogar den Findet Nemo Fisch getroffen, dessen Namen ich auch nicht kenne. Also Leute, falls ihr Interesse am Tauchen habt, dann ist das definitiv eine gute Idee. Ich habe auch nicht mitbekommen. Ich könnte jetzt an dieser Stelle natürlich einfach die Geschichte dabei belassen und weitergehen zur nächsten Aktivität bzw. zum nächsten Spot. Aber das wäre ja langweilig. Leute, ehrlich gesagt, also so gern ich das Tauchen auch habe und so gern ich auch tauchen gehe und so viel Spaß es mir auch macht, ich glaube, ich hatte noch nie so einen heftigen Tag wie gestern. Also das, was ihr gerade gesehen habt, war der erste Tauchgang. Das war nice, aber danach wurde es einfach heftig. Also ich habe drei Tauchgänge gebucht und wir sind mit dem Boot rausgefahren, halt mit so einer Crew und anderen Tauchern und hatten dann vom Boot aus drei Tauchgänge. Und der erste war wie gesagt easy und danach Tauchgänge zwei und drei waren einfach so heftig. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir sind nämlich vor Iriomote, vor dem japanischen Dschungel sozusagen. Da sind wir angehalten und sind dann ins relativ tiefe Wasser, um nach Mantas zu suchen. Denn da ist ein Spot, wo eigentlich täglich Mantas sind. Nur da ist dann aber auch Strömung in dem Meer und das ist wohl relativ tricky, das zu navigieren. Und ich bin eigentlich nicht so ein erfahrener Taucher. Das heißt, ich war eigentlich nur damit beschäftigt, dem Tauchlehrer hinterher zu paddeln. Und der hatte so eine Schnur, die ich festgehalten habe, damit ich halt nicht zu sehr vom Tauchlehrer mich entferne aus Sicherheitsgründen. Und so dass er mich auch ziehen kann, sollte ich aus eigener Kraft nicht hinterher paddeln können. Und normalerweise ist Tauchen eigentlich relativ entspannt, zumindest das Tauchen, was ich kenne. Man will ja auch nicht zu krass sich bewegen, um nicht zu viel Luft zu verbrauchen. Man hat ja nur den einen Tank. Und gestern aber, das war einfach Hardcore. Also ich habe die ganze Zeit gepaddelt und richtig Kraft verbraucht. Also es war richtig Sport, das hatte ich echt noch nie. Und dazu kommt noch, dass das Boot die ganze Zeit gewankt hat. Also schon nach dem ersten Tauchgang ging es los. Es hat einfach komplett gewankt. Mir ist richtig schlecht geworden. Das heißt, schon beim Start des zweiten Tauchgangs habe ich gefragt, packe ich das überhaupt? Wobei, im Wasser ging es dann. Und es haben sich sogar zwei auf dem Boot übergeben, weil es so krass gewankt hat. Und ich war auch kurz davor, boah, Hardcore. Und da wir beim zweiten Tauchgang die Manta leider nicht gefunden haben, leider nicht getroffen haben, haben wir uns dann dazu entschieden, nochmal zu dem Spot zu fahren und nochmal von dort aus zu tauchen. Denn ich bin ja nur einen Tag tauchen. Und dann hat der Tauchlehrer gesagt, das wäre eigentlich ganz cool, wenn ich dir hier quasi an deinem einen Tag die Manta zeigen könnte. Und dann sind wir da wieder hingefahren und nochmal rein. Und mir war schon schlecht. Und dann haben wir sie leider wieder nicht gefunden. Also das war zwar schade, aber es war trotzdem irgendwie mal eine coole Erfahrung, quasi Hardcore-Tauchen zu erleben. Das hatte ich echt vorher noch nie. Übrigens, zwischen dem zweiten und dem dritten Tauchgang gab es Mittagessen auf dem Boot. Aber mir war einfach so übel, dass ich kaum was reinbekommen habe. Aber immerhin, alles, was ich gegessen hatte, ist drin geblieben. Und, boah, Leute, was für eine Erfahrung. Nicht unbedingt die beste Taucherfahrung, die ich je hatte, aber es war definitiv interessant. Und damit weiter zur nächsten Aktivität. Der nächste Spot ist Kabira One, die Bucht Kabira, die ihr hier hinter mir seht. Und es ist einfach so schön, Leute. Ich glaube, ich sage bei jedem Spot immer das Gleiche. Es ist einfach so schön. Das Meer ist mal wieder super türkis. Blau, der Strand ist weiß. Es ist so schön. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und was ihr hier machen könnt, hier gibt es diese Glasboote, Gorazoboto. Die haben so einen Glasboden eben. Und da könnt ihr runterschauen und die Fische sehen. Das ist so eine 30-minütige Tour. Die Boote fahren alle 15 Minuten ab. Und das kostet so 1000 Yen plus minus. Und das kann ich echt empfehlen. Das Meer ist hier mal wieder so klar. Und man kann so viel sehen. Es gibt so viele Fische direkt hier vor der Küste. Es gab heute sogar eine Schildkröte zu sehen. Die war direkt unter uns. Also der Hammer einfach. Kabirawan liegt auf der nördlichen Ecke der Insel. Da könnt ihr so von der Ishigaki City, von der Hauptstadt sozusagen, 30 Minuten mit dem Auto hochfahren. Ich glaube, es gibt auch Busse. Müsst ihr mal schauen. Also wieder mal ein Bombenspot hier. So, und willkommen zum nächsten Spot. Das hier ist Ogansaki. Das ist der nordwestliche Zipfel der Insel. Und das ist einfach so eine Küste, so eine Klippe hier mit Leuchtturm. Hier direkt vor mir ist der Leuchtturm. Ja, und was gibt es hier? Ihr ahnt es, Leute, die Landschaft ist einfach so schön. Hier ist wirklich die Ferne und das Meer genießen. Und hier ist anscheinend der Sonnenuntergang wunderschön, sehr berühmt. Denn wie gesagt, das ist im Nordwesten. Und wenn irgendwie da vielleicht oder so ähnlich im Westen die Sonne untergeht, dann ist das bestimmt wunderschön. Leider bin ich zum Sonnenuntergang nicht hier, denn wir haben doch keine Zeit. Ihr kommt hier übrigens ganz gut hin, falls ihr vorher schon mit dem Auto beim Kabira Bay wart. Dann könnt ihr einfach hier rüberfahren. 15 Minuten ist ziemlich nah beieinander. Und dann habt ihr hier eine wundergeile Aussicht. Und da wir doch keine Zeit haben, weiter geht's zum nächsten Spot. Jo, Leute, der nächste Spot ist das Jaima Village. Hier gibt es diese ganzen kleinen Rissusado auf Japanisch. Das sind die Totenkopfäffchen auf Deutsch. Und das ist einfach so süß. Die kommen auch teilweise relativ nah. Man kann sie vielleicht ein bisschen begrüßen. Gerade wenn Futterzeit ist, geht es hier voll ab. Also guckt euch einfach an. Das ist so geil. Hier wird's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.